Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Vlog, einem ganz besonderen, denn für uns ist heute auch ein besonderer Tag. Ihr könnt es im Hintergrund sehen. Wir werden heute vereidigt, so wie das im Rahmen der Corona-Pandemie eben möglich ist. Deswegen auch ganz was Neues heute mal auf dem Helikopter-Landeplatz der Hochschule. Sonst findet die Vereidigung in der Thornhalle statt und anschließend gibt es einen großen Tag der offenen Tür. Wer sich dafür interessiert, wie das sonst aussieht, der schaue gerne mal in Vlog 7. Wir haben das nämlich zu Anfang des Studiums schon mal in einem anderen Jahrgang gefilmt. Und für alle, die interessiert, wie es heute weitergeht in der Vereidigung, die bleiben dran, schauen die Intro und dann sehen wir uns. Information wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Liebe Anwärterinnen und Anwärter, nun ist es soweit. Sie werden heute einen Schwur leisten. Ich darf diese Vereidigung in einigen wenigen Minuten durchführen. Eine Vereidigung unter freiem Himmel. Ein gesamter Einstellungsjahrgang. Und dazu ein besonderer. Im Jahr 2019 wurden sie nicht nur eingestellt, sondern es fand auch letztmalig eine Vereidigung statt. Und dann kam Corona. Liebe Anwärterinnen und Anwärter, die Vereidigung ist ein großer Tag in Ihrem Berufsleben. Umso mehr freue ich mich, dass wir hier und heute Ihre Vereidigung im Rahmen einer Feierstunde vornehmen können. Sie sind, das kann man sicherlich so sagen, ein besonderer Ausbildungsjahrgang, der zu großen Teilen unter Corona-Bedingungen und damit überwiegend in digitaler Lehrform lernen musste. Sie haben sich diesen Herausforderungen genauso wie die Hochschule gestellt, erfolgreich gestellt. Dafür geben wir Ihnen und der Hochschule besonderer Anerkennung. Knot hat noch zu DDR-Zeiten bei der Polizei angefangen und ist seit 40 Jahren Polizist. Und er kann sehr worts- und fantasiereich über alles Mögliche meckern. Über die Digitalisierung, über die Personalsituation, über den mangelnden Respekt der Leute. Aber sobald Knut durch sein Revier fährt und mit den Menschen spricht, ist er wie ausgewechselt. Und da fragte ich ihn, ob er, wenn er jetzt jung wäre, nochmal Polizist werden würde. Und Knut sagte, wie aus der Pistole geschossen, immer wieder. Aber warum, fragte ich. Und er sagte, du darfst dem Menschen helfen und du darfst jeden Tag die Welt ein kleines bisschen besser machen. Und dann fügte er hinzu. Und außerdem habe ich es doch mal geschworen. Dieser Satz von dem alten, gestandenen Mann hat mich so berührt, weil er aus tiefster Überzeugung kam. Ich habe es geschworen. Ich schwöre. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Die Verfassung des Landes Brandenburg. Die Verfassung des Landes Brandenburg. Um die Gesetze zu wahren. Um meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. So wahr mir Gott helfe. Sie können die Lande jetzt senken. Und wir hören jetzt gemeinsam auf die Nationalen. Und wir hören jetzt noch mal. Musik Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Anwärterinnen und Anwärter, damit ist die Vereidigung des heutigen Tages abgeschlossen. Ich wünsche Ihnen allen einen besonders schönen Tag. Ich hoffe, dass die Sonne noch Ihren Beitrag dazu leisten wird. Lassen Sie das alles sacken, was Sie heute gehört, erlebt, gesehen, erfühlt haben und starten Sie in einem neuen Bewusstsein, nochmal durchdacht oder in einem vertieften Bewusstsein, dass Sie sich für den richtigen Beruf entschieden haben, in den nächsten Tagen. Bleiben Sie gesund, viel Erfolg bei den Prüfungen und in Ihren Praktika. Einen schönen Tag und vielen Dank, dass alle Gäste gekommen sind. Danke sehr. So, und das war's auch schon mit unserer Vereidigung. Wir haben jetzt noch ein wichtiges Papier zu unterschreiben und ja, ihr hattet einen Eindruck. Ich fand es im Rahmen der Möglichkeiten sehr schön, auch wenn es natürlich sehr schade war, dass die ganze Familie nicht dabei sein durfte, wie es sonst im Rahmen möglich ist. Aber es wird ein Film gedreht, nicht nur dieser hier, sondern auch noch ein anderer für alle, die dann zu Hause nochmal schauen wollen, wie es war. Und ich sag, bis zum nächsten Vlog. Macht's gut. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020